Seid gegrüßt meine Freunde, es ist wieder soweit Hate it or Love it mit der neuen Staffel. Am Samstag geht es los, dann gibt es die neuen Teilnehmer für die vierte Runde bei uns. Wir haben, wie ihr bereits angekündigt haben, das Voting-System ein kleines bisschen geändert. Dieses Mal geht es darum, dass ihr auf unserer Website für euren Favoriten abstimmen könnt und ihm ein Voting geben könnt. Das zweite Voting übernehmen wir aus der Redaktion. Daraus ergibt sich dann der Gesamtsieger und die Teilnehmerliste ist dieses Mal, wie ich finde, sehr abwechslungsreich. Hier eine kleine Vorschau. Wir sind verschwitzt, wir sind betrunken, oh nein, Baby. Ey, es ist cool, was wir machen, die Sprache in der Zukunft mit der Lupe bewachen. Wir können zeigen, wie man schnelles Parra macht, steuerfrei, duty free. Mit mir war ein Jungling rum, hat nichts zu tun, nichts zu tun. Hayabusa, 300 Autobahn und die Bazooka auf der Schulter dran. Jetzt seid ihr in der Reihe und votet vor euren Favoriten. Dann wissen wir und ihr am Ende, wer diese Staffel gewonnen hat. Also, ich klopp an euch. Und nicht vergessen, abonnieren! Bis zum nächsten Mal!